Kevin so wenig Leben Weil alle geheilt wurden außer Kevin Außer auch nicht Ja okay Lass mich Kann man in das Haus rein? Nö Hinter dem Ding sind ganz viele Glaub ich Wo müssen wir denn? Natürlich müssen wir da hin, wohin sonst? Äh, ja Schanadi Schalten Sie den Burg rein Schalten Sie das Burg-Tankschild ein und den Boden sinken natürlich Achso, das da oben, okay Ja gut, mal gucken, ob wir da durch Ah, diese Steuerung Okay Soll erstmal einfach einer probieren da durchzurennen und das Schild anzügen Kleinen Versuch, stimm mal kurz Ja, ich weiß doch nicht, wie ich da hochkomme Irgendwie Oh Oh Ah, hier ist eine Leiter beispielsweise Ja und hier drinnen sind Medikits und alles Also ich heil mich mal Also ich heil mich mal Hilfe naht, verteidigt euch Ja, ich hab's eingeschaltet Gut Hier sind nochmal zwei mehr Medikits Nehmen wir mal eins Hier ist auch noch ein Dings Ähm Ich hasse es, wenn man nachladen muss Vor uns Ja lad ruhig nach, in aller Seen Ruhe ist kein Problem Nein Nein Hurra 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 Pfff Digga Naja Ich glaub war vielleicht gar keine so schlechte Idee hier drin in dem Haus zu fighten Ja Hier gibt's Verbandszeug Oh, da ist ein ganz großer drin im Haus Ja Ja, lad halt erstmal nach Ist das zum Kotzen Vorsicht Steine Ich brauche Hilfe Tod Dann hör's mir auf Okay, ich versuch mal Kevin zu holen Ich brauche Hilfe Ich brauche nicht mehr so viel jetzt Oh, oh Da liegt doch ein Mediker drüben Marvin Ja, du kannst schon Kid nehmen Ich hab doch noch eins Da kommt noch meine Horde Zum Glück geht hier die Muni nicht aus, wenn wir hier drin sind Da kommt ein großer hinter uns Da kommt ein großer hinter uns Okay, vielleicht schnappt sich jeder in den Ausgang Hm Ja, lad ruhig erstmal nach Ah, okay Mal da Wie irgendeinem Dings geschmissen Da wird doch schraben, ja Genau das wollte ich gerade auch sagen Achtung, da ist einer mit der Zunge Da ist nochmal ein fetter, gleicher Ausgang Ach, Digga Tod Hm Warte Warte Ich bleib stehen Ich steh' Das Rettungsboot ist da, gehen sie an Bord Das Rettungsboot ist da, gehen sie an Bord Oh Nichts leichter als das Nein Ich bin drin Schön für dich Ich bringe noch ein paar im Hansel mit Ich komm schon wieder nicht raus Ich komm schon wieder nicht raus Oh, der Dicke will auch mit Nein Mist Das ist okay Ich komm doch mal Ich kenne mich nicht mehr Ich komm sonst noch mehr okay was jetzt wir haben es geschafft durchgespielt doch nicht gesamte kampagne eine stunde 45 was soll der scheiß da war es kein oder daran noch viel viel mehr dings nahkampfkills 268 die meisten normalen getötet hat am wenigsten verbündete getroffen kopfschüsse guck mal immerhin jeder fünfte bei mir und ich habe die beste genauigkeit also nach dem computer nenn mich sniper king ach das war dieses nicht meine sniper also ja aber das war doch jetzt nur dings oder dieses sturmflut oder nein niemals da waren noch viel mehr dinge ja das war nur der teil sturmflut würde ich sagen sonst immer das ganz letzte